Bist du die Clubwire gefahren? Die Elektro? Ich würde mich nicht da draufsetzen. Geiler Sound, oder Werner? Ja, definitiv. Also dann fahre ich jetzt hier mal um die Ecke und gebe da bis da nach vorne. Dann bin ich mal gespannt. Ist einfach nicht für mich. Für dich nicht, aber wie ist denn dieses Gas geben eigentlich? Hint schon, aber das ist nix, ey.